Auch am Miniteich ist von Zeit zu Zeit ein Wasserwechsel auf Tempogramm, aber nicht so regelmäßig wie im Aquarium. Warum? Im Aquarium ist man immer darauf bedacht, dass alles schön, ordentlich und klar aussieht, was in den meisten natürlichen Biotopen eher unnatürlich ist. So will ich im Miniteich zum Beispiel genau das, was man im Aquarium auf keinen Fall will. Grünes Wasser durch Schwebealgen. Davon und von vielen Kleinstlebewesen und auch von Bewuchs an den Teichrändern ernähren sich die kleinen Fische. Diesen Bewuchs würde man im Aquarium auch sofort entfernen. Im Teich allerdings dient er, wie schon gesagt, der Beckenbiologie und der Ernährung der kleinen Fische. Trotzdem fällt auch im Miniteich ab und an einen Wasserwechsel an. Diesen seht ihr in diesem Video. Hier ist das Werkzeug, was ich dazu benötige. Natürlich ein Schlauch und ein ausgedienter Filterschwamm. Diesen setze ich auf das Schlauchende im Teich, damit keine Fische angesaugt werden. Stecke nun also den Schwamm auf das Schlauchende und tauche den ganzen Schlauch dann unter Wasser, um ihn ohne Ansaugung zu füllen. Dann halte ich ein Schlauchende zu. führe es nach draußen und das Wasser läuft. Ich lasse aber nicht das ganze Wasser einfach ablaufen, da es sehr wertvoll ist. Es ist das absolut beste Gießwasser für Pflanzen. Viele Nährstoffe sind enthalten, da wachsen die Kräuter wie verrückt. Wenn ich das Wasser nach dieser Methode einfach rauslaufen lasse, ist der Fluss sehr langsam. Hier sieht man schön den Bewuchs der Ränder mit Algen, auf denen unzählige Kleinstlebewesen sitzen. Ich lasse das Wasser so weit es geht ab. Ich schätze es sind ungefähr 80 Prozent. Ich habe zwar auch einen Schlauch mit Wasseranschluss, aber ich befülle den Miniteich langsam mit einer Gießkanne. So hat man was zu tun und es ist auch nicht so hektisch für die Fische. Natürlich dauert diese Methode recht lange, aber das ist halt ein Hobby. Es muss nicht immer alles schnell schnell gehen im Leben und hat im Alltag Stress genug. Ich versuche das Wasser so einlaufen zu lassen, dass nicht so viel Mulm aufgewirbelt wird. Übrigens, wenn ihr dieses Video schaut und es euch gefällt, dann klickt doch den Daumen nach oben und gebt dem Kanal ein Abo. Das wäre einfach überragend. So, dann ist der Teich also wieder voll und ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.